oh hallo ja ja dass ich ihn gesetzt platz und es gibt nur den morg klar das heißt die letzte runde wird wahrscheinlich auch die spannendste wieder werden weil die gegner wahrscheinlich schon an unserem arsch kleben davon gehe ich auch aus ja dann gefährchen verrat und schön sparen wir mal um ich gehe mal nach oben aber super ist schon geklärt ja musste ich weil die hat mich eingeschleimt und draußen hunde oh mein gott oh scheiße warte mal ich messe den mal alter wo kommt denn das grüne schon wieder her das weiß ich nicht alter ich bin tot schwarm mutter hat mich gekillt oh nein oh nein mich gleich auch wisst ihr denn oh wenn ich das wüsste kam irgendwie von vorne da oh nein alter da sind die da durchgekommen die schweine äh die hunde aber ruhe okay ich müsste jetzt erstmal mich auch versorgen ach da oben ist sie ah jetzt wo du es sagst ne alter das war wieder die runde schmeckt schon wieder ja das ist so eine typische letzte beste runde mh genau okay gut muss man auch gleich mal eine spritze setzen hier ja hatte ich doch hier so verbandskasten gesehen wo war der denn kann man mitgucken ah je ne warte mal doch nicht ne ne ach sonst gehen wir in richtung dingsbums vielleicht finden wir da ein mhm ach ich verbinde mich einfach sonst nochmal besser ist das für euch das gefühl ne das ist ein ganz fetter nachdem hunde sind hier schon wieder warte mal ganz kurz ich guck mal nur hier rein hier gibt es ja manchmal was und nicht heute scheinbar oh ich hab ein zombie platt gemacht hier ist auf jeden fall kein verbandskasten ne gut ich komme ich verbinde mich ok da kommt er wieder an aus aber schon gelaufen und wieder eine schwamm mutter alter alter diese mutter da die denn heute los das ist wirklich weil wir die runde überleben dann gehen wir ins guinness buch der rekorde an hier auf jeden fall da ist noch eine hier oh gucken kann ich die auch irgendwie wegpirken die ne ne ich krieg trifft die nicht ja ist auch nicht so dramatisch jetzt hat sie zerlegt jetzt hat sie zerlegt hier schon wieder hunde wollen wir lang hier geradeaus würde ich sagen hier ist munition hm ist ja auch heilung ne hier gibt es irgendwie auch munition ich weiß nicht ob du die nehmen kannst ne ich habe immer ganz oft das gefühl dass die blaue nicht nehmen kann vermutlich weil wir immer andere waffen nehmen oder so ne also weil es keine wo man das so gebrauchen könnte ja also ich konnte die jetzt witzigerweise nehmen ja alter der meuchler wird schon verbannt oh der ist ganz schön weit unten ja tja nun hm ich würde sagen wir laufen dahin ne oh Gegner ah scheiße ja guck mal da oben auch da oben ne ja ach scheiße soll ich schießen? jo mach mal da ist ein zombie hochgelaufen und ärgert die gerade ah ah hat sie gemacht oh oh der ist hier drinnen echt? alter der ist aber flexibel ach der hat mich verflossen mit der born halt ok hier muss aber auch irgendwer sein hier habe ich nämlich auch schritte gehört das ist aber was ich habe damals ich habe damals kommt die hier rum nein der loutet mich gerade oh ah sehr gut es wird es muss so schnell gehen ja und danke bitte oh nein scheiße ich wollte gerade losrennen ich bin wieder tot ja so geht es mir auch mal hey übertrag mal nicht lady alter ist genau umschmeiß auch mal was schönes oh du musst nachladen danke danke es kommt mir um die ecke ja komm 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 ja zeig dich genau verarsch mich du hast keine munition mehr ah schade er war nicht schlecht aufs gewehr naja ja wäh ol oh ach das ist ja das ist das ist ja das ist ein